Hallo, mein Name ist Andreas Weigl von Coratec und ich stehe hier mit dem neuen Live S von uns. Das Live S ist ein besonderes Rad, das wir vor zwei Jahren auf den Markt eingeführt haben. Die Besonderheiten hier ist vor allem die Sattelposition. Wenn ihr auf dem Sattel sitzt, egal in welcher Größe ihr seid, jeder Rahmen bzw. jede Rahmengröße passt euch, da wir die Rahmen bzw. die Sattelstrebe so angepasst haben, dass es leicht nach hinten geht. Somit habt ihr mehr Platz, auch wenn ihr größer seid, oder weniger Platz, wenn ihr kleiner seid. Die Rahmengröße passt jedem. Das Besondere aber an dem Rahmen ist, egal wenn ihr im Sattel sitzt, ihr könnt immer eure Beine am Boden stellen. Das ist eigentlich das Besondere am Live S, weil man dann sicherer im Straßenverkehr unterwegs ist. Man hat eine sehr, sehr komfortable Sitzposition, ist aufrecht durch den super Lenker und somit auch ein bisschen Cruiser-mäßig unterwegs. Gleichzeitig kommt es mit sehr, sehr breiter, sehr, sehr starker Bereifung, eher so in die Richtung eines Rollers. Aber das ist vor allem im Stadtverkehr natürlich sehr, sehr angenehm, weil wenn man irgendwie über Schotterstraßen oder Pflastersteine, Trambandschienen unterwegs ist, fällt man nicht irgendwie rein und bleibt stecken, sondern kann überall gemütlich drüber fahren und ist einfach so super komfortabel, super sicher unterwegs. Das Live S gibt es in verschiedenen Rahmenfarben, in schwarz und in weiß und in verschiedenen Schutzflächen. Dementsprechend kann man mehr oder weniger das Live S an seinen Style anpassen und ist dann genauso, wie man es braucht. Weitere Videos zum Coratec 2020er Räder findet ihr hier. Bis zum nächsten Mal.